herzlich willkommen zu let's play pokemon advanced adventure ich habe ja versucht hier die pokémon liga herauszufordern und jetzt probierst normal ich habe mein team etwas trainiert ich zeige jetzt mal die level die attacken sieht man dann ja noch hier reichu ganger karni 58 ich habe clay doll für links da reingenommen ins team führer eporenta genau und ja es geht direkt rein donnerblitz ja so jetzt das reicht leider nicht ganz ich mach mal die ok 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 der werde ich wechseln finde ich es wahrscheinlich eine eisattacke einsetzen ne irgendwas anderes flammrad ähm begeistert glaube ich drin es reicht nicht ganz irgendwas es muss schnell sein die elemenz ist es schnell genug japp suikun ne das kann links da ja es reicht ne das lohnt sich nicht das auch nicht hier übertrank und zack bei reiser müsste das sein das mach ich ja ok so ein fehler so tropius ah mist da muss ich jetzt was beleben das könnte gut für mich ausgehen das könnte gut für mich ausgehen so geht es gut für mich und die elemenz ist es gut für mich ausgehen zack der wird das kann ich jetzt auch für mich ausgehen soweit die elemenz ist es können Und natürlich hoffen, dass es schneller ist, als es aber nicht ist. Da werde ich jetzt auf Zeit spielen. Was? Das ist unmöglich. Ja, du magst mich besiegt haben, aber ich bin die Schwächste der Elite. Du wirst niemals die anderen besiegen. Warte mal. Ah, zum Glück. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich mich nicht hätte heilen können. Ähm, so. Das sieht mir nach Gestein oder Boden aus. Ich mache mir jetzt mal ein Safe State. So. Nö, du magst, also du kannst denken, dass du schlägst. Stark bist, aber ich habe nichts außer trainieren, schlafen, essen und schlafen in den letzten zwölf Jahren gemacht. Du bist nicht in unserer Liga, Kid, Kind. Ja, wenn wir das sehen. Magneton. Registrieren. Registrieren. Typ Stahl. Ja. 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 Äh, ne. Auf was hat Stahl denn? Wenig Wirkung. Ähm. Auf Drache vielleicht? Jetzt bräuchte ich einen, ja, einen davon. Es zieht ja fast gar nichts ab. Ja, ich wusste es. Okay. Raikou. Raikou ist doch Typ Elektro. Das hatte Erdbeben, oder? Yep. Okay. Ähm. Typ. Welcher Typ eignet sich da am besten? Gestein, zum Beispiel, ne? Ah, Gesteinattacke. Ich hätte aber einen Gänger. Yes. Shadow Ball. Das kommt natürlich gerade nicht schlecht. Ähm. Du magst mich besiegt haben, aber die restlichen Mitglieder sind viel stärker. Du wirst niemals die allmächtige Power des Pokémon Hauptquartiers erreichen. Äh, erreichen. Also, es läuft echt gut, Karlo. Also, nicht wirklich, aber ich krieg's wenigstens hin. Sagen wir es mal so. So, dann würde ich auch gerne die, die bei der Verteilung. Wer kennt die? Ne, das ist eigentlich schlecht. Ich bin falsch. Dann. Das würde ich gerne für A. Immer die ganze Auge reingelassen. Und dann noch für Auktion, oder für sich Auffahren. Aber Auktion. Ähm. AP ab. Nichts, sondern Ging. Keine Wirkung. Ok, da ist alles wahrscheinlich alles. Wirkung. Es ist wirklich auch das. Wirkung. Ähm. Oh, hier. Ähm. Mach ich den mal gar nicht. Ettin hat auf jeden Fall. Bei Gänger weiteres Beam. Bei der Kaunier dies spielt. Und. Putra, ich biste leider. Sync. So, ähm, das war ne kurze Unterbrechung. Wie soll ich das jetzt mir vermerken? So, dann geht's noch weiter. Ähm, Typ Geist wahrscheinlich. Typ Geist, Typ Geist. Ähm, Typ Geist. Da bräuchte ich ne Undichtattacke. Ähm, ja toll, Typ Undicht. Ich hab nix gegen Typ Geist oder wie? Ähm, ich probier's mal mit Selements. Ähm, du bist zu jung. Und so, weiter. Typ Gestein. Ah, komm. Full Store. Ja, toll, weil die, ich schon wissen sollen, dass die auf einmal wechselt. Typ Geist natürlich auf Akarni. Jetzt hab ich schon wieder vergessen. Äh, die Epithaler wegzune- nein. Wegzunehmen. Oh. Ah, warm-hit-KO. Das trifft aber immer. Keine Ahnung wieso. Und zack. Regirock. Nochmal. Ach, er hat gewechselt. Stimmt, hab ich vergessen. Tyranita. Ah, es reicht, oder? Nicht. Ähm. 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 Voll hier. Da brauch ich natürlich erstmal revive. Ähm. Okay, das ist ganz gut, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Ähm. Max Potion. Mach ich mal. Ne, es war eine falsche Entscheidung. Aber es hat sowieso nicht. Hä. 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 Äh. 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 du magst mich besiegt haben aber die restlichen eliten mitglieder sind viel stärker du wirst niemals alles ist das gleiche das werde ich nicht nochmal übersetzen so 14 minuten 48 sind es jetzt genau das bedeutet ich beende den paar also das war's dann bis zum nächsten mal in der zwischenzeit mit dem pokémon heilen tschüss